Ah, morgen Regen. Ja, irgendwo da ist ein Schleinungsamt. Irgendwo voll mit dem Transporter. Das hat ja auch ein Leben. Und am Fenster immer die Alben? Nein, das sind keine Seele aus. Das sind auch so am Vital. Du bist ja nicht einmal da. Sicher. Ja, wenn ich einmal bei mir gehe. Ja, nutze dich doch, mein kleines Virus. Ich bin nicht. Oh, eigentlich, ich lebe es aus. Ich kann es auch nicht aktivieren. Ich habe es nicht mehr zu Hause. Ich bin nicht mehr zu Hause. Da hätte ich ja gar nicht mehr zu Hause. Weißt du, ich meine, es passt ja. Da tut es einmal einmal ein Haar. Ich habe nicht einen Haar. Ich habe mich nicht mehr zu Hause. Ich habe da auch nicht mehr zu Hause. Ich habe da auch nicht mehr zu Hause. Ja, sicher. Ich habe es nicht mehr zu Hause. Quass, mein Schick. Ich Das ist euch vielleicht zu Hause. Ich bin ja nicht mehr zu Hause. Ich seal' die Treppe legen. Ja, ich verlinke dich nicht mehr zu Hause. Aber mich, wenn du das bewusst bist, würde ich nicht mehr zu Hause royalty will ein ellervietschern saleh. Bei wieder davon Quantisi es passt nicht mehr zu Hause. Aucha unite es sich um alles zu Hause zu Hause. Oh, komm, da tut es nicht mehr zu Hause. Das ist auch nichts gemacht, Kappo. Kappo schreit auf. Ich probiere die ersten Vögel, wenn die Vögel gehen. Da kann man mal ein Feld pressen, so. Die Art von Hauteile haben. Ja, in Gruppe, stell mal. In Gruppe. Mit der Degels kämpft man doch gleich an unserer Maschine. Oh, da selber! Das ist alles in Deutschland. Oh, das ist ja mal Paul. Ein Titus. Spiel schon wieder? Was? Spiel schon wieder? Nein, nicht mehr. Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Nein, was? Nein, nein. Ich bin schon ein Parfum. Du darfst noch einmal in sein Leg und dann bin ich weg. In sein Leg. Da ist schon der Torbennase hinter unten. Genau. Und ich kann runter. Halt schon, dass ich aber Paul gibt. Das war ja noch nicht. im Minugentraum. Da ist doch Salsatz in eine Ausfauce in Richtung, was? Ich bin auch schon angestiegen. Ich bin auch schon angestiegen. Ja, ich bin schon zu 15 Grad. Nein, das klingt nicht immer so viel Glück, was? Nee, nein. Das war ich eine Ausfauce in Richtung, was? Seid mal ich? Willst du machen? Ich bin schon mal auf. Wenn du auch mit den gleichem Gehirn hast du ja aus. Ah ja. Ich bin lange weg. Tschau, tschau, jetzt wieder! Du saß übrigens! Du bleibst doch wieder meine größten Stücke an, jetzt. Zwillingsberuf und... Ja, aber hey, du bist da in Marl, ich bin immer wieder zu verfallen, also... BAH BAH BAH! Du bist im Wolf, oder? Lass los sein, oder? Ja, hey, das ist dir! Du bist der Rauch! Ja, das ist eigentlich gut, alles. Hast du gesehen? Was hast du denn? Was hast du denn eigentlich da? Ich hab gesagt, sind die da. Ja. Ja, aber... Oh, halt mal, ich hab die neuer. Weil man das Spiel geschafft hat, so wieder nicht gehen. Oh, ich hab's glaub'n. Oh, wie ein K.O. war das, das ist nicht einfach, glaube ich. Was? Nein, nein, nein. Wie ein K.O. war das? Oh, meinst du? Wirst du eigentlich gleich? Oh, wer kann man nicht bekämen? Kommst dir, bist du leid? Hahahaha, kommst du, bist du leid? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Wir werden nur nicht laut, kommst denn bist du leid. Kommst, äh-h-h-h-h-h-h! Die Maschinen fallen, es ist nicht so verabschiedet bei einem Chauffeur. Ich habe schon keinen Klämmen im Winter mit einem Lintrack gelassen und eine Fakette aufhängt. Oder der Experte eine Fakette aufhängt. Oder wir brauchen einen dritten Chauffeur vom Lintrack. Ich bin ein Rumpi. Ich habe schon nicht aufhängt. Ich habe ein Aufschläpp geklemmt. Ich bin ein Rumpi. 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 Ja. Es ist ein Rumpi oder ein Kvarafisch? Rumpi. Ich bin ein Rumpi. Ich bin ein Rumpi. Der ist wirklich Mischa. Ja, nein, nein. Ich bin ein Rumpi. Dem fahren Sie auf eine Kopitschlegung. In vier Arbeit streง. Auf der Kvarafisch Если nicht wegkommen Tôi weiß sogar werf... Ja, du schlässst da den Niedern auf, weil bis der Gumpi da ist, darfst du dich tragen. Bis der Gumpi da ist. Es hat dir ja sehr viele Gäuhe, wenn... ... jetzt schon. Hast du da, wenn die Rollen alle da reinsteigen? Du? Ja, ja, schon du. Wo? Ich hab da einen steigen. Ja. Ich hab das aber überhaupt drauf. Nein. Nexpert Gangster. Ja, was? Harald aus Alper. Ein Nexpert Gangster. Nexpert... Ja. Das ist... Das ist... Das ist Lapp. Ja, das ist Lapp. 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 Ja, das ist Lapp. Wie in Tandey haben. Na, wie in Tandey haben. Noll? Ja. Ja. Ja, und so. Ja. Von der Neu. Von der Neu. Soll ich reisen aus dem Haus und verhauen? Du musst das Feld anschauen. Wir haben ja eine Send-For-Zoom. Wahnsinn. Genau, jetzt steiglich. Aber ich habe mehr an Treibstoff. Nämlich ist das eher wie Billingau, weißt? Ich sehe, ich würde sagen, wo du einen kannst. Auch kann man es irgendwie umstellen, wenn man auf Discardite umhegt. Ja, damit geht es in allen Fällen. Lässt es aus und macht es uns eben klar, ob man es ausmeldet. Wenn du die Fenster machst, nimmst du die Fenster auswählen. Wenn du die Fenster machst, nimmst du die Fenster auswählen, weil das... Naja. In 5 Std. 1, nimmst du jetzt den Gumpi? Ja, lass uns die Egleige auch hinten. Gut. Stell ihn auf die Strasse auch. Schnell. Schnell. Hast du viel Freien? Jeder Wurst, hier. Kleigau. Ohne ich ist ja auch nicht im Chatsen gelesen. Mir klauen fest, ich tue da schon unmömen viel. Naja. Ja, das hat mich gleich auch. Es ist für mich. Das ist ein Fonds. Ein Fonds ist in der eigentliche. Ja. Ohne. Was ist das denn? Ja Was ist das denn? Ja Was ist das denn? Scheiße Ist ja auch HD oder Schuss Warten Ist ja Schuss Zähne, probieren wir heute nicht mehr Kommt uns nicht mal los Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn mit der Maske? Nein, ich habe nicht mitgemacht Ja, ich nicht, go Es ist unten, schnell geht bei mir Was ich gerade gerechnet habe Nicht mehr recht viel Filmst du an mit dem Transparenz oder? Nein, wir sitzen in Gumpel Die Palle wegdrauben Den Trau legen auch nicht auf den Höfstier Ja Hallo, sind sie nicht weit zu trocken Ehe Trogi Wir sind mit dem Traktor Wir haben eigentlich schon mit dem Traktor Das ist wie mein Weidemann Ja Ich stehe schon mit dem Weidemann Alle trauen Wir haben eine Lieblingsgesieße Ich bin ein paar Doppelbereue von mir Ja, wo fährt Ich bin ein Kran. Hallo, Heng Gegenrundhaut Hallo, Jean Ich bin ein Kran Anze Ich bin ein Kran Ich bin ein Kran Okay, okay Nein, gleich hier Die Meldung ist da Wie gefährlich Du machst diese Plastik Ich verstehe ja auch den Wehrmann Ja. Wie geht's denn? Oh, Tauber. Ja, wenn wir mal geschlagen. Oh, Tauber. Ich hab mir da höhere Tauberleid hingeschrieben. Schon gesehen. Verhöfst du das auch alle? Wenn jetzt sind da, haben wir schon ja geht innen, wo es sonst ist. Vielleicht der Beißen. Du bist ein Börse, Herr Dutta. Du bist eine Höhefarin, Herr Gjell. Ja. Hast du da einen Profi hölzeln? Ja. Wenn ich zum Profi noch im Auto, die zwang dich an. Ja, ich weiss. Du musst damit rumkommen. Was steht da hinten? Ja, auf den Tagern. Ja, voll über die Strasse gegangen sind. Ja, voll über die Strasse gegangen sind. Und dort bin ich... Ich habe noch mal ein paar Tipps. Ich habe noch einen Baller. Oder Jumpe? Ja, ich habe noch einen Tipps an. Jumpe. 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 Klo auf dem Haus wieder festlegen. Sieht mich an die Stingley Revlin, camera. Das ist die Fl Woody. Es tut mir Otherwise nicht so gut. Wenn ich ein Kompagn Flächdienstellenkons Superman. Ich habe einen Zunge und ich habe einen Zunge. Habe? Ich habe einen Zunge. Ich bin ein Zunge und ich habe einen Zunge. Ich habe einen Zunge. Ich habe einen Zunge. So, dann probiere ich es jetzt nach oben. So, wie viel verlangst du? 200. Das ist ein angenehmer und angemessener Preis. Für deinen ersten Kunden. Welchen Preis? 15 Euro. 3.000 Euro. Ja, danke. Nein. Nein, nein. Ich höre dich. Super, ich habe einen Balli. Ich habe einen Balli. 6.50 Euro, ich habe einen Schnorren. Ich habe einen Spropa. 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 Und ich habe mich gepresstet, was 200 Metapole in Spropa ist. Nein. Es ist jetzt 52. Und Phasje 2.000 und noch 100 Franken 2.000 und noch 100 Franken 2.000, das wäre schon besser Lass uns gleich ein Teilbrenner So, wie weit bin ich wieder mit meinem Tractor gefahren? 2.000, das ist Velcro Ja, die Fonden haben wieder ganz geil gemacht Achtung Ciao, jetzt wieder Die hat gar nicht so Hallo Hallo Die beginnt beim Collapse Sie ist ja schon weg Ja, hallo Hölzl Ja Ah, so, 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 so Hölzl Ich hab's schon Ich hab's schon So, selber Hand machen wir mit dir Partner, Luke Und der Hand hat mich wohl Ja Du sagst, Montenler Gute Idee Ich hab' ja viel Treifen Ich hab' ja nicht leicht Nichts, aber nicht leicht Ich hab' ja noch geflickt Jetzt live Der nomade Geldschein Ich krieg's Oh, ich wollte ein bisschen rüber in den Jumplitz, ich helfe an den Jumplitz. Jetzt ein Profi. Ja, aber es ist nicht irgendwann ein Frontler, oder? Nein, er braucht verloren. Das ist nicht mein Leider. Ich hätte verloren, sie leichter. Nein, nein, das packt auch schon. Ich auch nicht. Ja, du bist scheinbar. Du bist scheinbar. Ich bin scheinbar. Ich bin scheinbar. Nein. 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 Du sollst schon scheinbar mitnehmen, oder? Ja, ich soll schon scheinbar mitnehmen. Ihr ist nicht da, die Züge. Nein, aber ich finde, das ist ein grosses Gehäte. Ich möchte das nicht. Ich mache es gleich auf dem Frontler oder vor. Aber du, das kannst du nicht lusten. Geld ist Zeit. Zeit ist gut. Geld ist Zeit. Geld ist Zeit. Geld ist Zeit. Geld ist Zeit. Wie hat's? Ja. Ja. Ja, warte. Du hast es jetzt noch... Hast du Lohnung da nehmen? Für mich. Machst du es jetzt auch? Ja. Hast du Lohnung da nehmen? Du hast Lohnung da nehmen? Ja. Ich kann es auch, Leck. Ich glaube, es ist nicht weg von mir. Es geht jetzt nicht. Was? Du hast Angst. Ja. Du hast schon Parallel-Din zu. Er sagt mir auch, dass du helfst. Na. Ich lass hier. So, ich stehe den Kids, aber ich stehe da, dass ich da etwas sehe. Ja. Ja, ich komme mit dem Weidemann. Vielleicht. Ob ich das mal versuche. Elektro-Weidemann oder was? Für Weidemann oder was? Ja. Na, ich will nicht sagen. Na, hast du gut auch die Zange auf den Spiesen. Ja. Ich habe auch nicht wie normales, was ich merke, da. Ja. Wo ist denn dieser End? Bei der... Bei der Steine, die du angestellt hast. Ja. Hallo. Reicht da noch Schatz an? Ja, ich bin schon in Ruhe nach. Mit der Sprechschung. Und ich weiß auch mal recht. Ja, es ist gravistisch. Aber es fehlt uns sogar von Seren wieder. Ja. Ja. Papa, wie du? Ja. Ja, ich habe sicher. Ich habe ein Bild aufgefahren. Ja. Da war es zusammen. Ich bin genau, wo ich zusammen mit der Augen muss. Ja. Ich werde ja nicht rutschen, dann bleibt die Brems los. Ja, ja. Hohensweide. Dann darf hauschen, ja. Warum kommen wir? Ja. Ja. Mach'schen lassen, dann darf ich etwa aus dem Muschel. Ich bin ein Prieger und stand. Sommal ich muss sie unternehmen lassen. Ich lasse sie. Jetzt haben wir eine Luane. Na, warte. Jetzt hat mich sie auch gekriegt. Ach, wo ist er denn, Mann? Sehr schön. Oh, das ist ein Wettbewerb. Oh, das ist ein Wettbewerb. Ja, 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 ja. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Du siehst du da hinlegen, du? Nein. Nein, du greifst mich besser als du. Nein, probier's. Du bist ja voll, Chef. Ja, ich mag. Machs gemütlich, ja. Ja, lass mich, die Pressenseise gut stehen. Haha. Haha. Hallo. Wir haben den Ball. Ja, wirklich. Nimm mal eine Dünne hin. Trag du die Bälle hin. Wo sieht die aus? Ja, stell sie in die... ...dass sie eine Hilfskette. Mann, ey. Ja, nein, du kommst nicht die Halbbälle auf die Bälle. Ja, nein, nein. Ich weiss halt nicht, wo heisst. Ich hab wohl die Streitbälle an. Ah ja, stimmt, stimmt. Jawohl, ja. Das ist nicht im Weg. Ja, ja, ich kann gut stecken. Weisst ja schon seh. Ich stell sie selber, mach den Höfi irgendwo her. Mann, ey. Ja, ich mach schon Ski, oder? Ja, das ist ja ein Fusch. Nein, mit einer Frau ist aber auch nicht. In Weidemann. Mal haben wir. Du musst schon an dich geschickt, dass du den Gabel angehängst. Du hast schon eine Salzgitarre. Nein, du häng die normale Palettengabel an. Ja, zwar mit einer Palettengabel. Ja, mit einer Palettengabel. Ja, mit einer Palettengabel hat's ja viele Geschichten. Magst du wenigstens? Oh mein Lieber, wenn ich da mit einer Palettengabel kommen müsste, wie? Ja. Ja, du schießt. Ja, du schießt. Ja, wenn dich doch nicht mit einer Palettengabel, du Pälle zacken. Du hast eine Umkonfigurierung. Ja, du zähl. Ja, ich geh. Ja, du musst auch frieren. Du hast keine Probleme mit mir. Es ist ein Problem. Es ist kein Problem. Ich warte mal für mich oder? Ich warte mal alles. Ja, putz Anna. Nein. Ich bin aber in meine Augen. Nein, ich bin so lange. Ich denke Leute, was du für mich? Chene, du schießt. Ich hab nicht laufen oder so. Fühlt schon, ja. Wie wär's hier? Musst du? Ja, was ist da? Nee, du hast du das oft. Du möchtest gerne etwas an, weil du da bist, wenn du da bist. Ich will nicht eine Weile, ich muss ein Gumpi helfen. Ja, ein Gumpi weiss auch was habe ich. Aber wir wollen nicht, ob sie etwas Gutes tun. Timmy hat einen Benutzer vom Sprachcheck getrennt. Ja, ja, ja. Andy hat einen Benutzer vom Sprachcheck getrennt. Ich habe gar nichts getan. Ich habe gar nichts getan. Es war um 19.38 Uhr. Ah, er war noch grüßen. Na, das du ich. Der in der Backkischung. Lass mich zuerst nicht. Der wieder mit seinem Bein, der Mann. Der Eifel. Na, na. Du ich. Na, na, na. Raus. Na, na. Wie passt schon am Mund, dass wir nun wieder aufhören? Höher und raus. Höher und raus. Hey, das ist auch wieder perfekt. Ich bin auch von der Arbeit. Ja, das kann ich nicht mehr machen. Da steckst du an der Klemmkappalle. Ich habe nicht Probleme. Wir wollen gerade nicht gegenseitig. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wir sind verloren. Höher und die Ballen versteckst du. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Ja, so müssen wir fliegen. Ja, du. Hast du gewählt? Nein, das ist Geld. Ja, also es zahlt das. Nein, umgekehrt schon. Du zahlst uns, weil der Nachbarn zahlt. Au, nein, du schaust du nicht. Ja, aber hinterher. Du brauchst Fischer. Ja. Der Stream ist verzögert. Du sollst morden in der Halle stehen. Wieso kann man sich einstellen, dass das ein Verzögert ist? Nein, es ist standardmäßig. Vielleicht nicht, wenn es so ist live. Du sagst, es kommt vielleicht 20 Sekunden später ein Stream. Ja, 20 Sekunden ist mal nicht standardmäßig eingestellt, was Streamlabs ist. Aber kann man sich ausstellen? Ja, es ist ja eine Minute später. Aber er steppert mit dem Chat. Ja. Servus Hundeschmied. Servus Hundeschmied. Servus. Kein Neu. Ich kriege ich keinen Namen mehr. Wir wussten ja von Anfang. Hast du es ja nicht getan, ob dieser Kunde? Ja. Der Hund, der Zartbläger. Hundeschmied wurde ich, oder? Der Kunde. Du musst sie echt nicht. Ich habe Pusher-Team. Wieswallische Mobbing-Team. Wieswallische Mobbing-Team. Ha, ha. Hörst du am Ende gleich. Weil du schon morgen bringt sie ihn so selber. Na. Hm. Du hast ja schon den Lider auf, jetzt. Was hat dies vermutlich? Aber doch. Ah so wird es nicht, was ich? Ja, so, wenn es ist der Vorraum. Ich höre mich schon wieder, damit ich auch da. Ja, das ist ein Mann, die Stille. Ja. Ja. Das ist gut. Nicht gleich, was es so ist, aber es war gewisse Leute, was es nicht. Wer kann es wissen? Ja, man kann es sehen. Und wenn es wieder Höfer sind, dann nehmen sie das Gym. Wenn es verlassen ist, weil es nicht mehr wird. Höfer, du sagst sicher, dass es viel ist. Da muss ich sein. Ich muss mich noch nicht mehr leisten. Ich habe gemerkt, dass ich dich schon auf der Einrichtung habe. Das war schon ein paar Jahre alt, ich hab schon noch mal angere. Ich glaube, dass ich's noch nicht mehr vergleichen bin. Wie geht es auf dich? Ja, ich muss noch nicht mehr an, warum ich einander hier habe. Da muss ich noch nicht mehrfach so vermitteln. Ich hab dir das gleich. Ich darf dich nicht mehr aufgewachtern. Ich bin ja nie centerker. Ich habe dich auch nicht mehr am Ende vom Monat. Ich muss es dir auch nicht mehr echten, weil es nicht mehr galt. Nein. Da war ich in Weiss-Kot, auf dem zweiten Bildschirm normalerweise, wo ich heute streame. Ich habe uns den Chat, aber ich habe gesagt. Ja, Streamlabs. Ja, aber es ist ein Streimlabs. Gleich hab ich auch getrunken. Streamlabs, ob ich schon den Chat verjuchtet habe. Ja, ja, ich weiß nicht auch. Hör mich, du mein Hause. Du, 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 du gerissen... Ich hab fertig geschissen können, dass du mir den Arsch ab wischst. Nein, du hast es nicht genommen. Oh Gott, bist du nicht da? Nein, 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 nein. Du hast es nicht gesehen. Jetzt ist der Hans, da muss ein Ball noch kommen. Ich hab ja nicht gebrochen. Wie viele Ballen wird es gefressen? Hät er mal gezählt? Hier, da ist vor allem gebrochen. Also ich schieße nicht. Oh nein. Welcher Ball fressen, der Ball schäuert. So kann er mich am Montag erleben. Nein, ohnehin standardmäßig. So viele noch. Ich hab ja noch ein Problem. Ich hab ja nicht gehört. Pressedrabe. Du hast ja keinen Bufl. Aber zuerst ein Bufl. Zuerst ein Bufl. Wenn ich noch selbst ein Bufl. Kannst du dich gut proben. Ihr habt etwas für seinen Live-Streit. Das ist ja nicht. Ich hab ja noch einen Bufl. Das ist ja nicht. Ich hab ja einen Bufl. Ich hab ja keinen Bufl. Ich hab ja einen Bufl. Heute kann ich zwei Banner nehmen. Wascht auf mich? Ja, ich habe auch schon. Es kann mich gewinnt sein. Ich brauche. Ich steige nicht. Komma! Ha! Oh, oh! Geld automatisch. Wascht auf mich? Ich steige nicht. Wascht auf mich? Nein! Nein! Ich kann das nicht wahrnehmen. Nein, 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 nein! Mal ohne. Kampfgedruckt. Es geht nicht zu einem Weide, Mann. BAHLON! Wascht wirklich? Nein, nein, nein. Da kommt schon so aus. Ich weiß nicht, ich bin lieber da durch. Alle in den Raum. Damit bin ich nicht eingefahren. Ohne Krass. Nein. Ich weiß nicht, du, Tiktok habe ich durchaus aus. Das ist ja was. Das ist ja. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja schlecht, oder? Ah, nein! Ah, nein! Ich habe den Stad geschalten. Was ist? Äh, du denkst, Tiktok habe ich leise, also. Ich höre, weil ich weiter mache nicht. Ja, ich habe gleich noch etwas geschaut. Oh, das ist ein deutscher Hund. Das ist ein Wallischer. Oh, das ist ein Wallischer Hund. Oh, das ist ein Wallischer Hund. Das ist ein Wallischer Hund. Hey, was warst du nach Wallisch? Ich weiß immer, wie er war schon. Ich bin halt so... Ich höre mir selbst an den Zettel, ich schau jetzt mit ein paar Euregze, ich kenne. Da kann ich den Stream. Schau, nein, du kannst die Maske schon mehr. Ach, gut. Ich habe hier einen Kornfluss auf den Pedalen, aber ich habe hier noch was zu tun. Ich habe hier auch verschwunden. Papillon ist 1, 2, 1, das ist das Beste. Ich bin auch viel. Jetzt ist es noch Papillon. Der Preis ist voll. Das ist nicht so. 2,5 Euro. Ich würde es nicht lassen, wenn ich kämpfe. Oh, du weißt ja, dass du selber umgekehrt hast, das ist ja auch eine Idee, das ist ja auch. Ja, ja, ja. Ich bin selber umgekehrt. Ich traue mich. Oh, okay. Der Pimpel. Mann, da hat es keine Ahnung. Der Pimpel ist nicht fertig. Der Pimpel ist nicht fertig. Ja, das ist ja okay. Der Pimpel ist nicht fertig. Ich habe das mit der Fahnen. Auch hier ist der Effekt. Hallo? 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 Der Knecht ist noch nie da. Ich habe Knecht. Ja, der Kleine. Der Knecht. Wie ist das, dass das geht? Aber wir fahren nicht. Schauen wir nicht. Er lässt sich spielen. Dann lernen wir YouTube schon. Ja, ich bin der, der Stresskippchen lässt. Ja, das ist egal. Schreibt mal Kippchen lässt. Ah, ich schaue jetzt wieder. Ich renke jetzt nicht mehr. Ach, haste. Ich renke jetzt nicht mehr. Ich renke jetzt nicht mehr. Ich renke jetzt nicht mehr. Ich fühle mich nicht. Also, naja, das ist echt gut. Ich weiß nicht, dass ich einen Video schreibe. Ja. Ich weiß nicht, dass ich mich lange oder war. Ich weiß nicht, dass ich mich lange überrascht. Ich weiß nicht, dass ich mich lange überrascht. Ich weiß nicht. Ja. Kappa hat einen Knechter da geschaffen. Echt? Das ist bei dir und ich. Ja, ja. Das hat er mit dem Weidemann noch auf den Traktor gelassen. Ja. Ich verstehe. Ich probiere mich auf. Ja, ja, ja. Ich probiere mich auszulassen. Ja. Ich probiere mich auszulassen. Ja, das ist wichtig. Hast du ja schon wieder einen Special Preis gemacht? Möbel. Du hast die 100. Guck mal, böbel. Hä? Nein. Wie viele Ballen sind das? Johannes, einer. Siehst du auch, wie viele Ballen? Jetzt lasst sie an. Der verdient hast du wie nicht mit 100. Ja, mit der Menge in Spielen. Ja, jetzt haben wir das Zimmer, jetzt bringe ich 7 rum, dann sind wir 100. Ich komme schon mal mit dem Tag, dass wir trinken und dann erzähle ich das. Naja. Das macht wunderbarer Hand und gut. Dann sprachst du es. Ja, was ist denn da? Oh, Honks? Okay. Das ist mir selber. Du hast gedacht, da näher springen dran. Was ist das denn eigentlich? Ah, Jonas, Rainer, wer bist du? Das ist an mir voller Gründer. Ich hätte nicht schon von ihm gehört, aber... Ich hätte nicht viel. Ich habe den Profi auf dem Sohre, weißt du, seit ich 7, habe noch nie, du hast einen Profi. Und du bist brutal viel auf ihm, ist der. Das ist ein scheiss Profi. Was kann ich nicht da schauen, warum? Ich habe einen Baum. Der Baum dort, der hat keinen Angler bei mir, wo er auskommt. Ja, was kommt Lohdan? Du gehst aus. Du zahst dich Geld. Ich habe zu frisch. Du gehst nicht schwarz. Dann bring dich außen mit den Weidemann, du bist auch zuhause. Der hier wohin. Dann bring dich mit den Weidemann. Der auch nicht drückt. Aha. Ah! Die alle rutschen da gerade auch schon vor mir. Schau mal, meinst du mir? Ich mach jetzt Bildschirm, ich hab da oben, dass ich's glaub. Ah, schon echt fantastisch. Ja, ich glaub, der Sühe ist auf der Groen Alpen... Groen Alpen... Alpenwelt... Ja, weißt du doch nicht, der gestreutete Hombing denn, scheiß Baum. Woher liegt auf jeden Fall bei dir? Naja, jetzt hab ich ihn. Ich bring euch gleich zur Rolle. Wie viel verhalte er noch? Höchstens ist die Fossache. Norm des Felds. Ich fahr schnell nah, wie das hier mit den Lodewagen. Ob er macht so den Bollen schnell zu. Mit den Lodewagen vor mir, siehst du. Schöne Lust hast du schon. Nein, ich fahr ich selber. Ich fahr ich selber. Nein, lass mich rein. Höchstens ist die Foss, nicht auf das Feld. Oh nein, wir sehen nicht raus. Nein, bitte. Jetzt lass dich da unten. Und dann fährst du da unten schnell den Palfisch. Füllen. Und dann schau mal hier raus. Nein, da unten ist die Aufkunft falsch. Ah, ich fahr da unten. Und hier rein, schau jetzt, Leute. Nein, es geht schon da unten. Ja. Oh, ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich glaub, ist das möglich? Warte mal. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Ich bin da unten. Aber jetzt sind die Dämonen der Fissbalken. Ja. sagst du ja? was? sagst du ja? ja viel Ball ist auch nicht entlang zählen wir schnell sofort über den Leibgang zu 6 was? wenn wir nicht um den Kurven gehen wohl wohl ist die Stolpe ganz einfach gegangen aber heim anschein greife ich nicht in der Haufte bei uns hallo ja ja hast du Stolpe nicht der Stolpe kleine ha ja wir haben einen anderen wo es heimiert ja morgen den können wir nicht verkaufen nicht? nein probieren wir probieren wir klein ja probieren wir können verkaufen ja hast du eine Geschichte bei morgen wo es heimiert jonas Rainer sag mal der Zahnkammer so ein Minus das ist das ist das ist schade aber schade das ist ganz schön aber ist so das ist nicht nur die 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 Besitzer auch. Ich schicke hier mal einen Link von dem Stream, dann sagst du es nicht. Ich denke es ist ganz leicht. Ich mache es noch eine Woche. Passt uns auch. Die wollen in eine Reihe und dann passt es mal. Ich stelle nicht aus. Ich stelle nicht aus. Ich auch nicht. Der gerne! Aber ich weiss, willst du eine Weitform? Oder willst du auch eigentlich? Ich habe gesagt, ich stelle nicht aus. Ja, ich habe gesagt, ich stelle nicht aus. Ja, wer hat die uns nachhören? Ja, du. Ja, wer hört es auf die Laterne? Ruhig gesagt. Ich habe den Ball hinten. Ich habe den Ball hinten. Ich habe ihn für heute geschlagen. Ach, ich habe ihn für heute. Ich habe ihn für heute geschlagen. Ja, hilf euch doch mal mit dem Profi den Ballen rum. Ich habe ihn gesagt. Jetzt sind wir. Wir sind zuerst am Kassi. Wir sind am Kassi. Wir wissen, dass wir gut sind. Ja, und gut ist. Ja, ja, hängs, wenn ich jetzt da noch nicht bin. Nur den Halt, anderen. Mehr wer schauer, was er denn ist. Man ist auch schon. Wenn ich jetzt da noch was nicht platzier, dann komm ich auch hin. Ich wusste. Hast du gewonnen? Hast du gewonnen? Warum ist das nicht falsch, du? Ich rau ihn ja gleich an. Den Wernstuhl mit dem Weidermann. Ja, die legt doch raus, ja. Ja, dann drogen wir den Maschinen nicht. Ja, dann drogen wir den Maschinen nicht. 10 Schiss, 1, 2, 4, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 15 Balle, mich hat er und dann möchte ich ihn wieder haben Ja, wieso die denn vorliegen, die sind schon wieder? Wir wissen, was ich schon spürt Ich bin nicht fertig Ich habe ihn nicht erwartet Ich habe einen Ballen, oder einen Mowie Default, die sagen, ah, eben Eisse Ja, ich habe ihn Die ist, das Mann ist und da ist der Vorschef am Botteig irgendwie Den Halsmann haben wir ja Hey, jetzt kann ich nicht glauben. Du musst ja herkaufen. Ja, Leif, wenn ich auch nicht höre, geht's? Sorry, zu. Geholt die. Geholt die. Wo kommt jetzt an die... ...Buske? Nein! Da war ich aber nicht. Ich bin der Ja, wie soll ich kommen? Ja, du sind zwar nicht. Ja, ja, das ist schon gar nicht. Nein, nein, wir sind ein Glick. Oh, das Glick ist nicht. Da muss ich noch nicht stehen, der besser nicht zu tun ist. Das ist doch nicht so. Ich kann kein selbst wählen, oder? Zirkus, du gehst! Was ist der Böse? Und da war, was mein Marien drauf ist. Ich schaue auf den Ständen. Das ist schon. Ja, ich bin aber da nicht. Die Preise an Lunder zu tragen. Ich denke, das ist der Preis mit Null mit Rack. Ja, komm schon mit hinterher, mach ich! Hopp, jetzt noch, ich hab uns im Preis drin. Ja, Teufel! Du hast auch gehören. Die Leute, da hinten auch. Was ist das? Ja, das ist mein... Ich hab nicht gesagt, ich glaube, wenn er mit dem Maus rauskommt. Was ist das? Nein, jetzt gibt man den Ball, jetzt gehst du, ich soll 300 Euro billig. 300 Euro billig? Was? Ja, das ist ein Schenk. Ja, das schenken wir hinten, das ist immer schon in der Halle. Schau mal, da kommt der Ball. Lingen hinten, oder? Zwei Lingen. Zwei Lingen. Perfekt. Oh, jetzt hab ich eh gedrückt. Okay. Ich hab den Andi gestern mit dem Maus hinterher, das Dreipoll geliefert. Ja, eben. Geh, Aki. Schiebe, schiebe! 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 Oh, der Häufer ist, keine Ahnung. Das ist ein Rundliner Was? Das ist ein Rundliner! Ich hab's gerade! Schiebe! Frei geben, in Häufer! Was? Mein Häufer, aber heisst frei geben! Ja, dann ist halt Urlaub! Er ist ein Urlaub! Jetzt wärst du wieder ein Ball um dich herum! Schau aber es ist jetzt als erstes ein Teil, Lohin, viel am 7. 1-2-3-4-6-7-3-3-5-7-4-7-3-5-7-7-8-8-8-8-9-8-8. 1550 Du bist wirklich geschickt, du bist wirklich geschickt 1550 ist 2250 Wir machen 2000 genau Nein, wir wollen nicht Jetzt gehört er wieder daheim Ich gucke mal Jetzt gehört er wieder daheim Ich gucke mal Ich gucke mal Schnell Ich gucke mal Schnell Was? Was ist los? Nein, beim Juppie schon muss ich Was du in Gumpies, gell? Ja, machen wir mal, wieviel? 2000 Ja Überweise 4000 Weiss ich glaube nicht Nein Wir sind entlassen Ja, schon alt alt habe ich bloß gemacht Aber ja, ja 2000 ist für's vollste Ich spiele vollste Musik Du bist voll Ich habe nichts mehr mit dem Rekwürstchen Ich habe nichts mehr mit dem Rekwürstchen Das ist wie von uns, sag ich Nein, von uns Ja Ich bin so gut Ich bin so gut Ja, ich habe es Ich bin so gut Ich bin so gut Ja. Ah ja, klein, was heißt denn? Willi? Ja, du weißt schon, mit 30 FPS ist einfach. Ja, du bist gleichzeitig Streaming. Ja und? Ja und? Deswegen hast du den Kapper. Deswegen hast du den Knecht. Und derweil ist vorne, oder? Wie machst du mit der Tastatur? Ja, fährst du mit der Weide mal mit der Tastatur? Ja. Ja, du glaubst du? Ich komm mit dem Lenker an. Ja, gib doch nicht mehr aus. Ja, ist nicht anders, mit dem Weide mal mit der Tastatur. Der ist scheiß Lenker, oder? Ich bin ein Ballerleister. Du darfst du durch den Fuss hier. Du wirst ja eine Feuerwehr runter. Du willst ja wohl nicht. Ich würd's ja mit Maschinen putzen. Nein, die sind bloß so dreckig. Nein, die werden sie rein. Und bleiben selber. Ja. Du bist nur hinten in den Lohrwogen. Wie ist der Weide mal mit der Leise in? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist ein Lenker. Ja, das ist ein Lenker. Ja, das ist ein Lenker. Du siehst allein aus dem Perspektiven. Ja, aber... Ja, das ist ein Beagle, weißt du. Ja, siehst du, das ist ein Beagle. Ach, hat sich Klappen. Ja, und du kommst halt hinten im Motor. Nein. Aber wenn du schon etwas anderes kommst, überwie. Ja, wenn du gerne mal in den Shopping, dann siehst du den Wald. Ja, vor allem die Leute. So, ja. Die Klappe ist auch nicht. Ja, ja. Ja, gerne. Und dann. Die Leute sagen die Leute. Ja, das ist ein Lenker. Ja. Und dann. Das ist ein Lenker. Ja. Wo ist denn da rein? Und dann. Ja. Ja, normal. Ich bin fast hier. Guck mal, was ist denn? Ja, weißt du. Wir haben das erste Simplassi Vögel mit URL, wo es kommen soll Wir sind noch Lohre, wo? Ja, hier Wo ich Wo der Bumpe viel gewirkt hat Ja Hallo Hallo Wie schön mit deiner Scheisschreie Ja, ist schon ein Mistschreie Ja, ist schon ein Mistschreie Sech D4, die war ja auch da Ich sehe, vielleicht sie geht wieder Mal hinten bauen Sech D4, sie geht Für uns Ich sehe, vielleicht sie Ja Ja, fett sie wieder ab Ich bin zur nächsten Morgen Schlafen Was ist denn? Ja Ich muss ja Ich muss ja Ich muss ja den Motor aber voll umbelassen, oder? Ja Ja Dann müssen wir Kein Tag, da hinten schiefen Jetzt lauscht Na Entschuldigung Was fische denn, du? Oh Oh, ich habe eigentlich noch eine Scham Ja Wofür, du musst ja Das ist echt Ich habe Hahaha Was hab ich Wofür, du kannst ja Ich habe die Lohlinge Was? Ich hab's gesehen da. Was? Oh, ich hab's gesehen. Oh, ich hab's gesehen. Wie riechst du? Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Was willst du, Familie? Ja. Was geht? Stream. Ist das live? Ja. Das glaubst du. Ich hab's gesehen wie ich über die Fokiner blöde bin. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen wie sie sich in der Schule zusammen dürfen. Ich hab's gesehen. Du weißt doch. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wenn ich für dich wäre. Wir müssen auch für mich einladen. Ja. Oh, nicht an mir, ja. Warte, ich leid noch. Ich kann ja was mehr. Ich nechlein. Nechlein. Wieder mal zum Rambos, der Clemens herreist. Was willst du bei mir? Ja, ich will von dir, dass du sauber... Ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Willst du ja wie aus dem Sur... Ah, wie sie die Platte waren gekommen? Ich bin super, wenn du grüßt war, eh? Ja. Ich mag schlafen. Ja. Ähm, bis wenn der Titel ist. Ich mag schlafen. Tschüss. Bleib mir an, Polly. Ab ich will Hochmuschee drauf hin. Dann zieh ich mir dich auf. Am 3-Schnall-Fahrt braucht man so etwas noch auf den Sprinten. Ab ich will Hochmuschee drauf klicken. Ab Discord. Abgestellte Presse. Abgestellte Presse. Ich will einen Link schicken. Ich bekomme es davon auch mal auf den Sorben zu gehen. Gehst du ja drauf? Ja, weisst du doch. Ja, weisst du doch nicht mehr. Nein. Was? 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 Ich habe mich erst aufgenommen. Ja, das ist spannend. Hier, Pauli. Da steht Dirtro, ich will Hoch. Ich habe es schon gesagt. Nein, aber ich habe erst einen Mann und dich. Hey, Mann. Nein. Ja, ich habe jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt reden. Nein, aber ich habe jetzt schon gewartet. Nein, ich habe jetzt schon gewartet. Nein, ich habe jetzt nicht mehr. Sind wir jetzt gerade nicht mehr zu? Ich bin auf jeden Fall. Du schlägst mich. Ja, das ist halt nur so über mir und so. Nun gel SUNLINCH! Hier! Ja! Ja. Ja, du wirst doch los. Das ist ein Rucki-Durren von Rucki-Kalina, wenn ihr sich vermisst. Halt doch mal, ich denk nicht, ob du das scheiß Rohr fielst. Ich bin nervös, der scheiß Link ist abgelaufen. Der fliegt in den scheiß Link frisch. Der schäme. Der war jetzt. Du hast einen Tärn mit Nune Traktor. Ich bin ein fachiger. Ich glaube, du musst es so. Ich bin ein Fisch-Suppe. Ich bin ein Fisch-Häps. 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 Börutsch-miss eine Fisch-Häps. Sie strecken! Ich bin ein Fisch-Häps im Sommer oder relativ. Die Hälfte hat's gehabt. Ja, ich hab dir die Fläte von oben gehört. Dann ist das ein damit. Ja, ja. Ich will die Fläte von oben. Ich habe sie nicht verloren. Ich weiß nicht, wie ich mich schon Leyte war. Jetzt bin ich auch in der Länge. Ich weiß nicht. Ich will die Fläte von oben. Da ist das. Ich hab die Fläte von oben. Ich will die Fläte von oben. Ich will die Fläte von oben. Ich weiss auch eigentlich. Nein, hier vorne. Ich bin hier vorne. Wo du ein ins Heim hier vorne hast, hast du dir Sorgen? Ja, ich habe immer auch hier vorne auf den Hof vor dem E-Trag steht. Und die Presse. Ja, ich weiss nicht. Wenn du Angst stehst, dann warte ich, dass es da ist. Die Röder muss da nichts mehr werden. Das muss man auch hier fällen. Ich bin hier oben aufmachen. Ich brauche nicht meine Pesche und komme aus. Der Knecht brauche ich nicht. Auch an den Zirchen. Ich bin hier oben auf den Dach. Ach, oh yeah. Das geht um zuerst. Ich bin hier oben oben. Das ist hier oben. Es ist ein Barsch. Ich bin hier oben oben. Ja, das heißt. Ich glaube, es ist hier oben oben oben. Aber ich habe nur einen Ball zu organisieren. Ja, das ist die erste Reihe. Das ist die erste Reihe. Ich höre Pläne. Ja, kein Mann. Jetzt müssen wir sagen. Nicht schiefsachen. Dann packen wir hin. Hoi. 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 Was ist jetzt so? Der Neckler. Hoi. Ja, heute 10.000. Krassisch. Ist das der Wunsch in Dorn? Ein scheiß Dreck, der Wunsch in Dorn. Nee, das heißt aber auch ein Neckler. Ja, du wirst das sein. Nein. Du musst noch wegnehmen da hinten. Krass. Oh, das ist ein Biss. Das ist ja. 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 Ich habe nur 1% Fülle. Der Platz. 1% Fülle, Arscher. Stimmt etwas nicht bei den Lodenbogen? Noch ein Eckler, wie geht's? Gut. Nein, eigentlich nicht. Wir meinen employersraum von Schülern aus wie als Schwule. Cherselitschef. Ich hab' gerne. Ich hab' keine Lust und ich hab' gesagt. Er ist ehrlich, okay, ich hab' neither September Vouke. Ich hab' diese Freunde, ich hab' ja gerne gegangen. Der Hölzl jetzt nicht so alertsch arkadaşlar, Zum Scheiss, die haben wir zum Scheiss. Die alte Hure, die Grauschen. Was ist das, mein Schöpist? Ja, wenn ich auch stehen habe, stehe schon genug, dann sollte er ruhig in den letzten Verhinderungen von den besten Alten stehe schon aus, dann stehe schon ein Schöpist. So ein Peckner! Ja. Das ist ein Videoschicker, da vorne. Das ist Videoschicker, oder? Ja, da vorne. Dann redet er immer so. Ja. Na gut, dass wir gleich live sind. Ja. Hoi, sag einmal! Hoi, Paul, hoi, Matti! Hoi, Stieger! Sind die da? Nein, nein, die sind während wir Ihnen allen zuschauen. Ah! Hoi! 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 Mittelschirlerhainz sind da Gold, war gleich... Hey Max! Ja! Hoi! Wo bist du denn? Ich werde da angestellt. So, wir wollen uns hier rauslegen. Ich fahre, ich zahre als erstes. Wölzl, du hast du... Ich bin der Dreckens. Machst du mir mal die Sachen, Leute? Nein. Ach, das ist ein Dreckens. Ja, nein, aber leider auch. Ja, der ist scheissbar. Wir haben ihn weggefressen. Ja, geht gut. Ich fahre, oder? Nein, du, ich schwitze, schnell! Halt! Nein, jetzt hat er da ein Knäppchen. Er steht da ein Knäppchen. Das Wasserfasschen hergestellt haben, pack ich so schnell weg. Die scheiss Lirn. Die Flotte ist nicht da, Jonas. Das Wasserfasschen hergestellt hat. Nein, ich bin der nie gekommen. Oh, Schatz. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Ich muss uns zurückbringen. Pass auf den Willen. Nein, brauche ich. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Ich bin der Nächste. Das ist ein Wettrack. Das ist wie mit der Schleide. Ich sehe ihn. Was ist denn da? Was ist denn da? Und nicht direkt drücken. Ah, das ist von K-Firmen, das ist fremd. Wo ist denn da? Hilfe! Was steht da mitten da vorweg? Nein, gibts raus. Jetzt hast du mir noch jemanden gesickt. Ausstelle noch! Da hat er es reichen mit. Da hat er es reichen mit. Was heißt denn da ist zahlen und so? Ah! Da steigen. Wie du mit der Ah, ich beschleide die Runde auf einen neuner Stickel. Ja, weißt du, was ist denn? Weißt du, wo ich vor? Wo? Ja. Auf der Welch? Ah, auf der Tiroler. Nein. Wir sind bei unserer Hölbe. Über den Stickel, da wo völlig... Nein, jetzt ist gratis. Wir sind jetzt in der Pfanne. Ja. Wir sind das in der ginge. Jetzt habe ich mal einen Kappen in den Kappen. So wie wir ab. Wir haben. Ohne das nicht geforscht. Das ist so ein Blödsinn. Danke, Jonas. Wie ist das Geld schon als Zahnmütter? Ich bin ein Ei aufschlafen. Aber ich bin ein Ei aufschlafen. Ich bin ein Ei aufschlafen. Ich bin ein Ei aufschlafen, ja. Ah ja, wir haben uns verschlafen, Kappa. Aber wenn du sagst, wo das Feld angewachsen ist. Ich habe ein Ei aufschlafen, das ich nicht aufschlafen habe. Er kann das nicht mehr lernen. Er kann das nicht mehr lernen. Nein! Der hat mich nicht mehr in. Nein! Nein! Der hat mich nicht mehr. Nein! Der hat mich nicht mehr in. Der hat mich nicht mehr in. Ja. Ich bin also noch weg. Das Feld? Ich glaube. Du wohlfällst du da? Du hast schon komplett falsch. Nein, du Samerl. Es ist ja das Nummer gar nicht. Ich bin da eingegangen und er muss für dich, weil du da fährst, man möchte eine Reise gefahren und er muss 50. Du hast schon eine Schnutze putzen. Jetzt kommt die Sandner Strassenputz hin. Du musst jetzt zurückstecken. Mit einem Müllfell, mit einem Müllsack. Jetzt reicht mir das. Mir lebt jetzt die Sandner Strassenputz hin an. Bis am Morgen, Gumpi, Gumpi Terrascar. Ja, heisst du ja mit. Ich habe doch vorhin einen Tag, Schmiedi. Ich habe Angst, dass man eigentlich aus dem Stöpsel. Was? Man sollte den Kappa fragen, ob ich mitspiele. Ja. Morgen steht mir mal unternehmen weg, Lea. Lea und Sack. Lea. Nein, mein Mann, Herr Meigro nicht. Wie? Ich habe noch Kappa klämen und gesagt, nein, nein, er ist schon weg. Die Fernandia mit Sandner, weil er schon selber betrachtet. Ja, wie der passt. Ich habe schon klämen, wer der langt. Ja, wenn er kippt, mein Kapp, oder? Ja, Lea, ich habe noch einen. Wer denn? Ja, man muss die. Also, wenn er mich in der Kapp, oder Blackpist. Ja, es ist kein Kapp, oder? Ich muss das Kappen gar nicht mehr. Ich bin ein und er strahlte mir mit dir. Ja. Und zehn, da bin ich nicht mehr da. Ja, da muss ich die Eier. Ich bin ein Kappen bis halber Gelb. Ich bin ein Kappen. Ich stehe im Hallen, was ich so... Ich stehe im Hallen, wenn ich mich nicht so aufstehe. Ich stehe im Hallen, wenn ich mich nicht so aufstehe. Andy, fährst du eigentlich jetzt alle mit dem Traktor zu in der Arbeit? Oder mit dem... Ja genau, viel mit dem Traktor. Töte ich dir gleich? Ich zeichne, wenn ich die Schule habe. Um 40? Ja, um 47. Ah, um 47. Ich bin schon mit der Schule. 48. Nein, 47. 47, ja. 47, ja. Ja, du! Boah, scheiße. Nierflow, was geht denn eigentlich? Hör. Ah ja, das Ding, das muss ich einfach auf mich hängen. Na, du bist ja leider. Satt, ja. Jetzt habe ich den Fan genommen und alles runter. Halb nicht. Ich fahre die Javos. Du machst ja auch. Heinten? Ja. Die Heinten hat ja fällig an der heutigen Lenkradler schwindelt. Was? Sie hat ja fällig an der Lenkradler schwindelt. Hör nicht. Man darf die Viech kommen wieder an. Bis dahin, wo die Viecher schauen. Sie gehören aber die Viecher, sie gehören. Pappo de Clementa. Heintigasch. Die Viecher. Was ist das? Was? Ja in четыrem Bauern, die haben wir ja. Die Viecher bauen wir ja alle. Die Viecher bauen wir ja nicht. Die müssen wir nicht hängen für die Ohna Karten und kein Milchbund. Ja, das ist schon gratis wert, wo der Rüte-Kollegen sind natürlich. Und zöchelt er? Das wird schein. Jetzt habe ich eine GoPro gekauft. Hast du mir schon gesagt? Ah ja. Ist das selber da? Noa, da ist auch nicht gestanden. Oh, die kleine, wo ist doch, wo schlafen wir sind gar nicht auf dem Stuhl da? Aber ist es zu fein? Du, ich brauche ihn wieder. Ja, das habe ich keine Ahnung. Wie das ist, wenn wir fein ist, haben wir nicht in den Filmen schauen. Wollt ihr Schweine-Telle, Sandi? Na, heute Spins haben wir uns gelohnt. Ich schaue jetzt YouTube. Was hat er geflüss? Clementa! Hey! Pssst! Ich bin hier gebraucht. 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 Ich bin hier gebraucht, aber morgen 250 oder so. Ja, richtet mir 20, 30. Ja, 25. Ich bin hier gebraucht. Dann bringe ich gleich in die Führung. Weil ich es nicht wieder mache. Wo ist es denn? Ah, da ist es denn? Da ist es denn hergegangen, das weiss ich. Wo ist es denn? Ah, da ist es denn hergegangen? Wo ist es denn? Holstein, dann. Fisch, eins, Baustelle, hoff, mach ich echt gar nicht mehr. Ich will nicht zur Baustelle. Hast du ja erst unten. Ja, Glauben ist. Automatrix, was du noch mal? Ich bin verliebt. Ja. Du bist gleich wieder, wo ich... Ich hab die Bilette auch gesagt. Da ist ja noch durchgewachsen. Jetzt haben wir jetzt auch Blut. Inseln. Wo schneiden die Fische? Ja, ich hab die Fische. Ich hab die Fische. Wo werden die Zuschauer immer auf so gut... ... ob sie aufgerecht vermust werden? Das war nicht genauer, Herr Bauch. Ja, wir sollen erst den Hänger haben. Ja, wir haben heute zu sehen. Oh, Formel 50 genau. Ich fahr in der Reihe. Ja, Formel 3, ich fahr in der Reihe. Ja, wir haben alle. Wie schlecht. Jetzt werden alle Fische an den... Erdbeck. Ähm... ...experten auch geladen haben. Am Plecquise. Es gibt sowieso schon wieder Neue, aber sie haben uns eigentlich nicht da gewohnt. Ja, jetzt haben wir erst wieder Neue. Wo sind wir? Mit Kretchen? Dann sind wir eigentlich Neue. Die Blitzer füllen nicht auf die Spiegel. Ja, wir werden schon Blitzer. Ja. Ja. Ja, das haben wir noch jemand Neue an den Augen. Mit Noah? Mit Noah? Ne? Wo sind die Almonda? Nein, jetzt müssen wir schauen. Ja, aber die haben wir noch nicht in der Reihe. Die haben... Die haben... ...sahen Löwen... ...erforscht. Das ist ja... Wir werden passen von Pizzen. Das ist schon wieder ein Moment. Da brauchen wir noch Leute Neue. Nein, das haben wir gleich Neue. Oh, die sind noch gleich im Klassen. Ah, ja. Ne? Ah, ja. Kräckchen. Glaubst du nur? Glaubst du nur? Ich war auf der gleichen Höbelbank. Haha. Ich bin bei der Seite. Das ist ja der Hände. Wo haben wir ihn geliebt? Kannst du so in einer neuen Föhrung sein? Ja, ich bin wachstum. Nein, nein. Das ist hier in der Ballon. Ich bin gerade von mir. Ich habe kein Beifohrer. Kommst du eigentlich irgendwo noch? Ich weiss ja, das ist die Höhe dort in einem anderen Tag. Mit dem Beifohrer kannst du einstecken. Dann hat er Weimarsch. Ich muss ja besuchen, was ich helfe, wenn er noch ein Pfeifehörn nimmt. Das ist Machen. Ah ja, die Terroristik sind noch ein bisschen stammen. Ich fahre über ein Loch. Wenn es nicht der Wurst ist. Ich habe schnell lacht, dass ich ihn in die Lost besitzen kann. Ich bin nicht gemeint, aber... Das kann ich einfach nicht. Ah, wo ist der Terroristik? Ja, dann steigen wir nach. Wir hätten eigentlich den Gumpi selber, oder? Wafeles. Wie bist du? Ja, das ist ein Gumpitsch. Das ist für mich ein Gumpitsch. Willst du den Gumpi-LS-Account? Ich bin auf Fenster, ich habe etwas geschickt. Na, na, na. Na, du mit der Nordmobil. Nee, wir müssen nicht wegkommen. Wenn du das weißt, hast du über die besseren Bilder drin. Besseren Traktoren, ja. Mach mal schön. So, dann sagst du was. Ich sehe bei uns und deinem Server auch. Wir haben alle Ecke heute geraten. Was ich meine? Ich habe den Telefon hier unten noch. Und dann verhofft sie gleichzeitig. Ich kann schnell den Haufen. So, da hätte ich zwei sagen. Weil die Sonne, die der Haufen gemacht hat. Das ist nicht möglich. Ich bin tief, aber es bin nicht tief. Ich bin riesig. Ja, ich bin riesig. Ich habe das Wort. Hier habe ich die Haufen geschickt. Dann habe ich das Wort geschrieben. Das ist so nett. Ah, nein. Das ist so nett. Ah, nein. Das ist so nett. Gleid mit dem Trak. Hä? Du schlaggeid mit dem Trak. Ich habe das Wort. Ja, das war das Wort. Ich habe es lange zu überladen, wenn wir uns in den Garten Ja, ich lade es jetzt halt weiter Der ist heute auch zu viel Ja, vier Stunden Wann es immer zu viel Ja Ich verstehe ja, was wir eigentlich lange auf der Fall wissen Du bist der Knecht und der Lehrer Insta-Shark und Folgen geht der dir Ja, aber nicht schon in der Bestimmobilie kommen Ich will an der SBM-SM-120, eine Periode 2020 Irgendwann an Russen Seid dich schon nicht anzufangen, ich muss dir einen Kumpel anstellen Ja Das hat mir richtig gekauft Ja, stellst du ihn doch Ich bin mir scheinbar, der Hülsel, fast du Ich fach's da, wie wir statt die Kühe Wir kennen ja Statt die Kühe ist mir lieber, wenn du weh Ja, wie Hi, Wann für Jung Ja Hast du einen Lohnladen? Ja, und da komm ich gesagt, wie leichter wollen wir sein Also ich komm zu kaufen nach Und wenn die Lohn-Lohn-Unternehmen Ich habe ihn nicht geschwägt Nein, das geht Du hast Lohn Ja Wie geht der? Servus Hast du das Lohn-Unternehmen? Du hast Lohn-Unternehmen Du hast noch einen Fischchen Wo? Ist auch wieder die Rödel gegangen Nein, da unten noch Er geht da, Almas, jetzt nachts Du machst das Lohn-Unternehmen Ja, ich muss Schwingen kommen Beifahrer An der Rödel An der Rödel Ja, ja Ja, hey Platt-Ontig Beifahrer Aber Mein Experten Getze Verkauf ich jetzt auch nicht Irgendwas Ich weiß nicht Ich habe ein wenig Melkonisch Ja Äh, geht schon Ja, ja Schack Öffnungen Wolltest du mich da auch vor uns im Feld? Was? Nicht mit der Es wird laut Nein Ich wollte es gleich mit Nun nicht Ich meine vielleicht Schroffzeichen Braucht ihr Schraffle Ich herkomme Ich habe die Klämie In der Lushes Ich morgens Wenn meine Die Ich habe die Entdeck Was findest du denn es gibt Rummle da oben? Es gibt Rummle. Ich weiß nicht wie es ist. Das muss ich alles machen. Schlagzeug. Was meinst du? Schlagzeug. Was meinst du? Ja. Du kannst nicht erzählen, dass du mir ein Schlagzeug tragen. Nein, nein. Ein Schlagzeug. Die Größe. Die Rasse. Die Größe. Ist das Feldgröße? Ein bisschen. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Ja, nein, nein. Ich glaube, ich habe Gas. Ich zeige dir einmal, wie bei einem Steirer Gas sie geben ist. Ja, ich habe ein Schlagzeug. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Weil Steirer gefahren bin ich schon. In LS Amp bin ich viel gefahren. In LS Amp bin ich viel gefahren. In LS. Ich komme von euch. Geil. In LS ist der 515. In LS Amp bin ich schon. In LS Amp bin ich schon. Ich weiß ja. In LS Amp bin ich schon. Geil. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich schon in LS Amp bin ich schon. Ich habe einen Länden und die Hunde geholfen. Ich habe einen Allradhaus und die Hunde geholfen. Ja, der ist ja wieder umgebaut. Privat-Unbau Privat-Unbau Ich bin tatsächlich nur noch wenn die links aufs Haufen flogen dann kommt noch ganz sicherlich Hopping Schau mal nur noch mal ins Stream-Chat am Pixie-Massage Schau mal aufs Handy weg am Steuern Schau mal auf das Wort Bildschirm wir haben jemand ein Handy Wieso machen sich plötzlich live? Auf Snapschen toll, keine Snaps am Steuern Wir sind noch auf dem Steuern Ladewagen, was waren denn die Ideale? Schau mal Tim, schau mal an die Eifel Auf die Eifel? Schau mal an die 110 Kombi-Line Schau mal an die Eifel So, mach's voll Ah, drei Achsen Hättest du doch keinen Ball weg? Ja Der ist noch mal an die Eifel Die ist noch bei dem Schau mal an die Eifel Schau mal an die Eifel Die ist noch auf der Eifel 20.000 Genau, behind me Hier ist ein neuerer Boss Mit über 20.000 Oh Die sind jetzt noch Und eine Mengele Die hat sich groß Oh, 12.000 Ja 12.000 Und ich komme noch zu dir Schlag heim Ich bin jetzt auf den Quad ketten drauf Ja, weil es ist nicht mehr fair Hehehe Oh Gott Hoi, hoi Mano 12.000 Manen stream Komm mal wie du gehört Du bist ein paar Telefonierungen Mit olden Mit olden Huren Ich kann wie ein Ladewogler Sie nehmen sie Der schreckt Mach Schau, gibt es Tasten dazu Nein Mano Was ist denn nichts Brutane Ich habe das Lenkrad herangeholt Das ist ja eine Situation Das ist ein Schreck Du hast ja so geschrien Ja, servus 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 Kein Name Du kannst dir nichts bleiben Wer ist jetzt weg? Die Clementa Oh, die Clementa Das ist der nur Die Dirk Gäne was Ich weiß auch was 혼나 Was ist einer Zeug Star Nein, nein Zeug 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 Schatz ich habe mich nicht gedacht es tut er ich bin nicht so gut zu liegen ich bin nicht so gut ich bin nicht so gut ich bin nicht so gut Aber es ist schon immer den ganzen Tag nicht. Ich muss sehen, ich glaube. Welcher Welt ist da? Ah, 19. Ich habe gar nicht mehr, mein Horst. Ich muss mich nicht mehr auf 19. Ach so. Was ist das? Was bringt die Rehme? Wenn du nichts mehr lassen willst, mach das niemals. Tragen wir mal einen Hölzl in der Schule, wenn wir die Mädchen gehen. Ganz schnell. Alles? Liberation! Ich werde nicht die Rehme. Das ist kein Problem. Wir sind auch im Eliaschen. Bei 13? Wir ONA bei 13 proportionnellytten K 있고, da werdet ihrindustrin abunder? Ich wurde zusammen dort. Der 2,1chnittすご, Hohohohoho Ja Was ich gesagt, heute holt's letztes Geld, tupft nicht verloren in den ganzen Geschichten Ja, aber wir gestern war nicht nass Ah ja Die kleine Brüder, die da mal safe games da auf dem Karrierekraft haben Die halt Na, dein kleiner Bruder hat mich gestern angelegt So? Ja ja, der hat mich auch angelegt Ja Ja Der hat sich verdruckt, entschuldige Ja 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 Ja, wenn der war's Da gehst du da Wenn du auch, wo du warst Ja, das hätten wir ja eigentlich gesehen Und wenn wir uns am Anfang an den Computer einschalten, dann müssen wir uns schauen, wie auf Discord ist Ja 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 Karte auf dein Computer ich sicher wäre schon ein paar Zocken ich muss schon ein Karriere-Dienst schauen wie in die Stunde auch was wir brauchen alle Karriere, eine Stunde Spielzeit drei Stunden, zwei Stunden öffn bis jetzt nicht mehr hast und da hast du wundervoll bis jetzt alle Maschinen hast ich kann zugaben was für mich ist jetzt ist es anders alles kann ich wende aber es ist schnell oh mein Gott ich habe immer mal die Klappe vorgekommen hinten oder hinten was ist so Träumer, ja was ist so Träumer, her ich werde sonst etwas rum wenn du in der Wohnung kommst solm sei mir, ich habe dich nur mit dem hinsetzen jetzt bist du auch in der Auto gsoll, sie haben den Grün und du bist ja schon ein Gseckeser, Mama wo bist du noch wend? eine Panda zieher in einer Hölz ich habe dich nicht gesagt ich möchte nicht sag ich so lange Was? Madonna, jetzt mag ich die Fresse erhöhen So, jetzt mag ich am Aachen fahren auf den Hof, voller Gas Wird die Perbeln vor dir? Ich glaub der ist falsch 6.0 Tomo Na, ist doch total Wir machen man die Liste noch Dann atm du keine Laums Wir machen uns an der Flotte Und die Liste noch 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 Was passiert? Das ist so gut. Es gibt einen Schader, das ist unser still. Ich habe einen Schader nicht zu بال. Aber ich habe einen Schader nicht zu lassen. Das war auch schon. Der ist ehrlich gesagt, dass du zu私. Dieses sei einfach. Wir haben einen Schader ist gut. Ich bin nicht fliegen Ich bin nicht fliegen Ich bin nicht fliegen Wow, das ist schon ich Ja Die Verfassung der Schneefreis Ein paar 4 cm Schneu ist da behindert Ich bin nicht Wer? Ich habe ein TikTok Ich habe auch 5 cm Habe ich einen Witz dazu gehört Ja! Ja, da muss ich noch nicht sein! Naja, wenn ich heiße auf den Weg, dann muss ich heiße sein. Jetzt sind die nicht auf Weißen. Aber wenn die auf dich halten! So, ich muss jetzt ausschalten. Vierde, Sepp. Servus. Servus, auch uns. Servus. Vierde. So, Flo, sieh, weil wir da mal gemütlich sind. Er schaut YouTube. Hier, Leiter, ein Dollar, ich bin jetzt weg dabei, damit es mal zum Schausten ist. Wir sind raus, da geht es. Vielleicht dusche ich in den Salon bei, liga Scheiße. Oh, Verboten. Die ich gerne, der wieder mal zur Glocke, da bist du gesehen in China gegangen. Wenn du so einen Mots, was er sicher lern, warum er nicht. Ja, ich habe mich in die Luft geflogen. Aber auch muss ich es in die Luft. Was? Na, ich war es wie früher. Oh, Silva. Jeder hat seine Wortsache laut, aber auch Gott, dass er gewissen ist. Ich habe die Zürmer angeboten, aber ich habe die Zürmer angeboten, ja. Ich habe die Zürmer angeboten, aber ich habe die Zürmer angeboten, ja. Ja. Pepepepo, ja. Ja, ja, aber nicht stehen. Bei 100 000 Liter mit einer Orenboden. Man sie ist ein konnte nicht auf ausgewählter Karte geladen werden, die Karte ist nicht kompetentabel mit Süßen, es legt zu viele Früchte auf dem Boden. Waaah? Das ist schon mal ein Plus weg, hier. Oh. Oh, was hast du nicht, kann ich haben? Hölzl? Die knirren mir den Schmärpflugfeind. Wollte ich dann, was man drum dacht? so gab er mir nur eine Tore, darum er sich durch die Führende weil die ich spiele das, du Knopf wo soll ich schon mal den neuen Motor mal gemacht haben also ja, haben wir den neuen Motor mal gemacht, oder? die anheuern, die Leiter stehen, die in der Karte kommen. Die haben nur vom Regen, die haben auch gesagt, ja. Naja, und jetzt haben wir eine neue gemacht. Und jetzt haben wir ja auf Höfer das Ding genommen. Das machen wir auch nicht. Ich stelle mit einem Nudiger. Wir sind frisch und den Nudiger. Schnitzelbrot, Schnitzelbrot! Kannst du das sagen? Ich weiß nicht, wir sind kein Schnitzelbrot! Was ist? Was ist? Schlösser! 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 Genau! Hauptsache, ich sage eine Azubi! Aber ich sage eine Azubi! Das ist eine Azubi! Das ist eine Azubi! Das ist eine Deutsch! Und dann sage ich doch einmal, dass ich heute Morgen mache! Er fährt nach Vorlesentz! Er fährt nach Vorlesentz! Er fährt nach Vorlesentz! Er fährt nach Vorlesentz! Ja! Er fährt nach Vorlesentz! Ja! Das muss auch natürlich mit dem Netz! Du gehst durch die Schule! Dann fährt nach Vorlesentz! Dann fährt nach Vorlesentz! 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 Ich kann ja! Vorlesentz! 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 Servizentz! Das ist dummjöl mit Taner Gangsta schlapp! Dummig! Ja! Ich fährt nach Vorlesentz! Was? Ich fährt nach Vorlesentz! Ich fährt nach Vorlesentz! Ja! Ich fährt nach Vorlesentz! Vorlesentz! Was? Ich fährt nach Vorlesentz! Ich fährt nach Vorlesentz! Mit den Busen! Ich fährt nach Vorlesentz! hat er aber leider die geschlexte das ist ja das ist ja alles es tut einfach das ist nicht so schuldig boh boh da Louis ich bin Metallfach Schuhe da machen wir jetzt eine Pollengubel die erste habe ich alles verstanden total einfach schuldig ich kann es ein bisschen mehr mit und ich kann es nicht auf dem Server von mir packt ich weiß kein anderes ich bin nicht mehr vor ich bin nicht mehr vor auf seine Hohngalls und bin weg Brix 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 Ich hab das dummer Deutsch an Rels für uns erwartet. Ja, das ist doch schon krank. Ja, die haben halt ein Deutsch. Die haben halt auch noch einmal gemacht von Deutsch. Ich hab noch einmal verwertet. Ich hab zwei Chattels. Hä? Und der war alles passiert. Hahaha. Jetzt kommen wir nach Fuori Servizio. Hahaha. Wie ist der Deutsch aus einem Augenblick? Gute, Kollege Loch. Wo ist es denn? Was du auch an, ich k Fighting? Ich bin auf Tourne. Seoul muss jetzt hier abrichsen, wie jetzt? Jo, will ich nicht. Ja. sponsig. Jago Mintzestein Players beim Anp抄amer. Ja, in die Maart jetzt ich oben ha parler? Heyukan, lola, die ich vergleichen kann, ist was er... auf Karriere, ja. Aber in die Maart der Arkane ist jetzt oben ha Busy Professor. Hä? Jehouseshofs ist langsam gekommenrian. Was ist das residem? Er H boarding? Hölzl Ah ja, ich hab gesagt Hölzl Bei mir packt der Lesbach Karriere Ja, stürzt den Bau Ja, kann nix denn Los, Neujahr Ja, ne Wo muss ich denn das Heu hinten heute? Bei mir auf den Höchstafen Bin ich zurück Aber ich kann nicht mehr lachen Boah, ich muss den Kaffee noch Ja, hallo Ja, das ist der Mies Du den Mod soren aus Eine Kopierung auf dem Desktop Ich brauch schon da einen Loader Welcher CPU hast du heute? Ja 2.000 2.000? Was? 6 oder 10 Ah ja Das war ich noch nicht Wir sind in Kaffee bis in zwei 105 105 195 ist es, aber der hat nur 3 Megabyte, da steht auch irgendetwas, keine Ahnung. Der hat in meiner CPU 3,6 GHz. Die sehen ja nie an 4,2 GHz gedachten und die sehen ja auch 12 logischen Prozesse, aber es ist eben 12 oder 6 GHz. Das klärt mir mal wie im Einiger über Takt, da müssen wir nicht Geschwindigkeit erneuern. So, wir müssen das hier am Morgen inbachen mit einer ganzen Puffe. Jetzt geht's. Hast du auch da ein bisschen Lift da drauf? Ja, dann hab ich auch noch einfach einen Lift da drauf. Ah, ist gut, hast du Bock, einen Blut hier hinten zu machen? Ja. Wir haben einen kleinen Gramm machen lassen, wir haben einen schönen Takt für keinen Säf lang aufgestellt, bis er auch eine halbe Sprit geraten, dann weiss ich, dass es sehr euch gewöhnlich ist. So, könnt ihr mich so ein bisschen pfeifen bei uns ins Ghetto? Ja, ein bisschen weiss man es währenddicken, oder? Ja, je nachdem. Es läuft da schon oft. Wenn du ein Online-Design da drauf hast, dann hat man 4.000 Euro, genau. So, wir haben den Ball angefangen, keiner von Reformen. Jetzt schau. Hier sind wir in meiner AMD. Hallo. 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 Wie geht denn der Scheiss jetzt da? Was soll ich denn in der Unterfolger fragen? Oder was? Ich ziehe die Audi. Der AMD-Ride. Da sieht man. Der 3.700X kostet normal 400. Und jetzt ist er von 309 Euro in der Eupen. Ich weiß ja was. Hölzl. Du bist sehr gut da überhaupt. Hölzl. Hölzl. Aber ich nehme auch dicht, wenn ich das will. Wenn ich 400 Steuern wäre, dann kauft er 5.600. 5.600. 5.600. 5.600. Der Ryzen 5 ist 5.600. Aber wieso ist das besser? Ich weiss ja 7er. Ja, ich weiss ja 7er. Aber das hast du halt in der Reihe. Dann hast du 5er. Du wirst nicht wie eine Version. Ah. Ja. Sie sind ein Experten. Ein Modell. Das sind z.B. 130. 4.000. 130. Ja. Ein Experten ist ja 1.000. 4.000. 4.000. 4.000. 440. Keine Ahnung. Zum Beispiel du hast ja 440. Dann gibt es noch keine Ahnung. Nein. Wie sie früher gesagt haben. Wie haben sie es ihm gesagt? 41.30. Wie jetzt Lukas. 41.30. Ja. Ja. Wie ist der Jonas? Ja. 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 Alles. Das ist ein schönes Jahr. Es ist ja gut wie neu. Ja. 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 Und du hast den Lift ja der, der dabei gewesen ist. Der, der dabei ist, ja. Wollsli. Ja, dann nehme ich an den Anfang mit seinem Mann und ich will richtig mal Wasser. Wir haben eine Dauer drauf, was ist der Wasser? Ja. 10 Uhr später, dann tun wir zuerst das und bei der Gehäuse. Ja. Und dann ein Gehäuse, das Luft ausgelassen ist und dann die Wasserkirche direkt raus schrauben. Ja, ja. Ja, ja. Ich mache jetzt Mainboard, CPU und RAM. Und dann habe ich eigentlich alles zusammen und dann irgendwann einmal ein neues Gehäuse und das Wasserkirche. Ja. Ja. Und dann vielleicht, weil jetzt habe ich einen SSD, vielleicht einen M2 SSD auf Mainboard irgendwie. Wenn ich bauen würde, würde ich jetzt ein Schwein teuer. Aber ja, ein Schwein teuer, ich weiss nicht. Du weisst, das ist eine scheisse Logik. Ja. Ja. Und da ist es ja. Ja. Wie du da gestellt hast, wir sind in der Reihe dran. Nicht, dass ich es jetzt brauche, aber immer. Ja. In der Reihe dran muss man sich in der Reihe zu speichern. Ja. Ist noch in der Hinten gesehen. Ja. Ja. Und dann hast du halt mal so gehe dabei. Ja. Kann ich mich auch mal noch und so. Ja. Was denn? Hölzl. So gleich. Hölzl. 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 Staudizl. Hölzl. Ach na, wo werte du die Baumark. Jörzl. Du hast einen Produktschlüssel. Ja eben. Jetzt haben wir es sowieso einen Schau. Was ist denn da die CD drin? Was ist denn da? Was? Ja, der Schachtel. Machst du den Schau jetzt schnell, warte mal. Wird schon mehr? Ja. Und dann hast du es selber gekauft? Nein. Jetzt haben wir schon mal. Schauen wir mal. Wie denn? Den haben sie ja gekauft? Ja. Ah ja, ich auch nicht schon. Ich auch nicht schon. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber das sind wir morgen halt nicht. Oh weisst du was da noch? Der Wanner wieder hat. Der Siebmann. Der Siebmann. Nein, nein, jetzt tun wir es nicht mehr. Nein, nein. Da sind Prozessanzahl 8. Ich tue den Kids einmal still. Prozessanzahl... Aha. Ja, was schon. Das haben wir auch nicht gehabt. Welcher hat es jetzt auch? 5600... 3600... 3600... 3600... 3700... Ja, da hast du auch gekämpft. Nein, deswegen habe ich nicht gesehen. 5... Ja, der hat... Der hat... Der hat... Der hat 4 Megabyte... Sekundärer Dienstaufgabe. Das ist eine Nokia-Führung, aber... Oder... Anzahl der Prozessoren 6. Ja, 4. Er hat Zeichen, Prana und... Prozessoranzahl 8. Der andere hat halt mehr Prozessoren anzuhalten. Hey... Nein, wir stellen den Link. Hm? Schau mal, wir stellen den Link. Ja... Benchmark. Jetzt muss ich da jetzt drücken. Nein, du magst jetzt auch noch scrollen. Das ist im Vergleich. Der linke Spalt ist der Ryzer 73700. Und rechts ist der 5600. Da siehst du zum Beispiel die Spiele und das. FPS-Werte. Ja. Und unten... Die Übertaktung und das. Das ganze Club. Das ist jetzt wo, welcher Stärke ist in welchem Bereich. Also Gigahertz hat er 5600 mehr. Da kannst du den 4,6 Gigahertz Standard. Ah, das muss. Ich mache den Kontakt. Ja, der ist allgemein für Libra oder ich? Ja, er ist so. Ja. 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 Das müsste die Felder sein. Wie dumm. Ja. 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 Ja ja, ich glaub ja wenn ich zurück... Wie wirklich geht mir raus. Ja wir sind so lah wie wie wieder's dum. Ja, nicht. Wo ist es dann, wie viele Leute hier? Ja, ja... Na, was kostet denn der Zerram, ey? Ich hab das eben... Cheese da, in der Mose gibt. G-Skill Aegis Aegis Was? Aegis, ich weiß nicht, ob es jetzt G-Skill ist Ich bin früh ganz dumm Aegis Finde ich nicht G-Skill oder Corsair, die RGB, die Irgendwas, also ich hab nicht mal gedacht G-Skill Aegis G-Skill Aegis, ja Ich krieg zwar gar nicht RGB, aber G-Skill Ich hab mich auch mit dem G-Skill Aegis, das ist ja Das ist ja Ja da Ich glaub, es erscheint noch ein computer vor Ich muss ja so spielen, aber Ich habe noch einen Segel gehabt, weil das ist ein volles Geschicht an mir. Jetzt haben wir noch einen Segel gehabt und ich habe noch einen Segel gehabt. Das ist bomb. Nöwe. Hanna, Hanna hast du ja 16 GB da vorne ein Stückchen. Ja, das ist so ein Stückchen. Habe ich auch weiter zu fahren. Nöwen dazu, oder wie? Ja, ich habe einen 32er und das ist der 64er. Nöwen dazu, oder? Ja, ich habe noch einen 3 Slots frei. Ich habe noch einen 3x16. Corsair Vengeance, oder wie der heißt. Vengeance. Ich habe noch einen RGW. Ja, das ist auch billiger wie die Gs. Ja, man schaut doch mal die Dings an. Dack, ja. Ja, ich habe noch einen 3.000 Euro. Aber ich habe noch einen 2.000 Euro. Und du Chasekill, äh, Trident Set. Trident Set. Trident Set. Die Sms sind alle Späne da, oder? Halt. 88 Euro. 3.200 Euro, oder? Äh, äh. 3.200 Euro, oder? 3.200 Euro, oder? Er hat doch keine Server. Oder nicht. WDR 4. Ja. 3.300 Euro. 2.300 Euro. Ja. Das ist die Dings, die, die... Die Kaster kannst du sogar mit 3.600 Euro. Ja, die gibt's schon höher. Dann kannst du sogar 4.000 Euro nehmen schon. Aber wir nehmen nicht mehr als 3.600 Euro, dann ist dann ja 50 Euro. 50 Euro, als... Nein, 1200 Euro ist ein Reitfon gekommen. Ja, ja. Weisst du wie die teurer sind? Ich denke im Album, wieso kann ein SRM wie teurer sein? 27er, 90er. Aber so gibt es nicht tägliche Rücken. 2x16 oder? 4x... Nein, 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 nein. 4x rein, wahrscheinlich uns zu kurz wollen, wenn er weit im Pitch ist. Ja. Also 2x16. Nein, schon 2x30. Im schlimmsten Fall sind 4x60. Du kostest jetzt... Du kostest jetzt 230 Euro. Nein. Ja, ich kann den mal kurz mal machen. 16x30. Ihr meint und ihr lasst den nie mehr raus aus 7x30. Ich will schon keine Ahnung wieso. Ihr meint jetzt während dem Stream und alles Programm öffnen. Das ULS soll 6,7x30. Ich will auch nicht wieso bei mir eigentlich 8x30 zur Verfügung stehen. Ja, das ist auch noch wie groß. Naja, das wäre eigentlich noch nicht. Aber sowieso ein Sinn, wenn wir an uns zu richten. Grafikkasten und Netzteil habe ich ja. Rachelemmung. 650 Watt. Das ist ja so. Dann habe ich von Corsair. Nein, und nicht quiet. Quiet, nicht. Quiet ist das schönste Watt. Nino, lass uns mal. Man kann selber die Kabel hineinstecken. Weißt du, wo ich jetzt dabei habe? Ja, das passt mir nicht. Wieso nicht? Wir sollen das Schieren unter der Blende. Wir sollen das Schieren unter der Blende. Unten in der Blende gibt es auch. Nein, ich meine, wo du die Kabel kannst du nicht zu doll anstecken. Ja, verstehe ich schon. Nein, weil dann kannst du keine Ahnung, RGW-Kabel kaufen. Ja, du Scholes. Äh, Lea, ich bin in deinem Hof. Kommst du gut? Auf sie habe ich halt von Anfang an geschaut. Weil wenn du jetzt sagst, wenn man weiß, wo die Kabel fix dran sind, dann kannst du nicht. Das war von mir zum Beispiel auch. Ist auch irgendwie stürzend. Weil man in mir sieht schon die Kabel nicht. Ich bin bei dir. Ja, ja. Ja, ja. Auf der rechten Seite. Ja. Ich meine also, dass man die Kabel ist. Hinter den Loop hinten. Oder siehst du hinter Meibord? Siehst du Meibord und Loop? Ja, ja. Oder weil ich stelle schnell. Ich muss nicht direkt für den Archer. Wo sind wir hin? Ins Dorf, meine. Was denkst du? 3200MHz oder 3600MHz? 3600MHz ist schon besser, aber echt. Das ist viel teurer. Viel teurer gespielt. Ich habe eine Idee. Generell ich kaufe die, zu einer Zeit, wenn man kein Computer oder die Toilette ist, das ist alles viel teurer. 2x230MHz kennt man auch. Schaut da mal die nichts an. Kein 128GB kennt man die. Dann kannst du nicht mehr aufmachen. Wie der Mante. Ja. 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 Was ist das? Ja. 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 Ja, das ist die erste Überdichte, es geht da wieder ganz stillen, 60 Grad. Da im Froschwin-Einz-Iber-Stiller-Scheier auch nicht durch. Ja. Das ist das Letzigste. Ich hole einen Stapel Lüfter in die Kimse. Die in der R5, oder was? Gibt es nicht in der R5 auch schon? Ja, ich kann schon, was man immer noch sehr gut ist. Ja, wir sprechen hier in Skogon. Ja, ich hätte jetzt aber in Altmann ein neues Member, denke ich. Ja, da muss man schauen, die neue ganz neue. Aber hey, da gibt es ja völlig genug R5, oder? Ich nehme es in der R5, aber... Ja, wie war es denn da? Steige in, da gibt es die Spinnerei. Der in der R5, ja. Möchtest du ihn eingeben, empfindest du ihn? Und deswegen, TG, vier. Ich bleibe mal seit Mal sehen. Ohohohohohoh! Ich weiss, was nizza denn ich nizza der R3? Ooooa, jetzt gehts gut? Ja. 3 ist wieder ja. Also Magie in zwei, weil er anrichten kann. Ooooa, oooo, oooo. Hast du nicht den schneller gelassen? Ja, irgendjemand, weil du gesagt hast, dass er unten hydrief hat und ich auch einfach war im Wetter. Ja, weißt du. Stelle haben wir jetzt fertig. Nein, irgendjemand. Ja, weißt du. Jetzt hat YouTube einmal das akzeptiert, aber... Ja, weißt du. Das würde mir helfen, was es ist. Nein, dann bleibt er nicht 2,50 Euro. Bei mir steigt es. Alle Stunden. Bis wenn er zahmte dich. Ein paar hast du, wirst du auch empfohlen und bezahlen. Ich habe ihn schon 3 Cent bekommen. Das wird uns über Paypal ausgezahlen. Ich weiß nicht, dass ich meine Adresse habe. Ich weiß nicht, dass ich einen Brief schicke. Ich weiß nicht, dass ich einen Brief schicke. Ich habe einen Brief schicke. Was? Ich habe einen Brief schicke. Ja. Wir müssen den Mann an einen Kartanpick machen. Nein, du möchtest schon den Bein, du möchtest. Nein, du möchtest schon den blödschen. Du möchtest schon den Blödschen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, du möchtest. Ich weiß nicht, du möchtest. Ich weiß nicht, ich wäre da der Brief schicke. Woher warst du? Ich weiß nicht, dass ich die Brief schicke. Ich habe das einmal einen Beste wegen des Schicks. ... im Haus gewendet. Nein. Aber... Nadja! Ja Hölzl, was hast du denn mit der Sämme? Ah ja... Die Zahn sieht auch anders anzuschwangen. Was? Nein. Nein. Glückwunsch zu den 900, aber nein. Ich will meinen Tini rollen. Für eine Woche bin ich jetzt bei den 100, oder? Nein. Ich bin jetzt links. Ich bin bei 52. Nein. Was? Ja. Von wo ist das jetzt gekommen? Und jetzt rechts. Ist das bei Ihnen nicht angekommen? Bei mir hat die Discord Stimme gesagt, Was? Ich konnte leider nicht hören oder sowas. Was? Ich habe nicht gehört. Keine Ahnung, was das ist. Denkst du auch? Ja, ich habe nicht mehr sehen müssen. So, das ist schnell am Video gleich. Ich... 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 Zurufe... Ich habe... Ich habe... Ich habe, ich habe... Ich habe... Ich habe ein Rundmeldreil. Was für Angst hast du mir nicht von deinem Pfalz? Es passt schon, es ist ja da oben vorne, da habe ich jetzt Flüße. Hölfer! Ja? Ja? Wir haben noch eine Sechserin. Tüge morgen das Heizamt? Ja, ich führe heute früh, wir haben noch eine Woche. Was? Rittst du mit mir oder rittst du mit dem Hölz? Mit dir. Ah ja, was? Wolle Heizamt? Wolle Heizamt? Möchtest du das Heizamt? Ja, mir oben. Wolle Heizamt? Ja, du... Ja, was? Morgen hast du Heizamt? Hm. Ich behalte nicht mehr viel, ich bin jetzt noch weg. Ja, nein, ich lasse es auf morgen. Ich tu morgen geschwind. Lass ihn installieren. Noch installieren. Nein, ich traue mich als Heizamt. Ja, gestern. Gestern ist seit Mittag einmal der Hannes auf Disker gekommen. Verkommen? Ja, ja. Ich habe nicht mehr gesehen. Nein, nein. Auf eine Hand, der Bruder. Nein, nein. Ist ja da innen gekommen, im Privath. Guckst du mich als Weig aufhören? Nein. Viel früher auch warm. Ja. Bin ich aber klar. Halber vierter. Halber vierter da waren wir. Was sollt ihr das? Was wird es auch alt? Was wird es auch alt? Wolle Heizamt? Wolle Heizamt? Wolle Heizamt? Meist du. Ja, wir müssen nicht mehr. Wolle Heizamt? Wolle Heizamt? Wir müssen nicht einmal acht Stunden. Oder über neun Stunden. Weil... nein... Wie viel macht er jetzt schon? Neun Stunden? Ich komme nicht. Wir müssen das auch machen. Ich weiss nicht, ich muss nicht. Ich bin so frei, wie wir ihn bekommen. Ich gehe nicht. Wir sehen. Wie geht es gut? Ja. Ich gehe noch ein Stream, ich schaue noch ein Stream. Ja, ja. Ja. Ich kugel die Hände nicht. Ich finde, das wäre wie ein Böckschadel. Ich bin nicht so glücklich. Wenn ich die ganzen Copyrights auf dem Schneerraum wieder habe. Was? Wenn ich die ganzen Copyrights auf dem Schneerraum wieder habe. Ja, aber du bekommst das Geld erst, wenn du so bald hast, wie der Mann ist Alizius. Ja, das ist klar. Ich will nicht mehr aufladen und nicht mehr aufladen. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ich bin sicher, wenn du schon 11 ... Wenn du schon 11 ... Ich weiß noch gar nicht. Ich habe die Reihenfolge nicht mehr. Eine andere Musik, oder? Ja. 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 Ja, sicher. Sicher ist es nicht, aber ja. Ja. Vielleicht 20. Wahrscheinlich. Ich war da schon kürzlich. Ist das ein gutes Mail-Mod? Ja. Was ist denn? Amd. Amd. Oder Sockel. Am4. Am4, ja. Aha. Dann ist das. Dann weiß er das. Ja. Wie viel hat denn das USB? Ein USB 3.2. Was? Jetzt muss ich da. Was ist das neue? Ganzes hellblaue. Komm. Das ist Röte. Das ist 3.2. Amd. Ganzes, ganzes hellblaue. Ist nicht das normale hellblaue. Das USB 3.1. Ist ein ganz anderes blauer. USB 2.0. Nein. 3.0 ist das blaue. 2.0 ist das graue. 3.0 ist das blaue. Das Röte. Das ist auch dunkelblaue. Das Röte. Die USBs. Das Röte. 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 Aber Röte USB ist für 3.2. Oder nicht? Warte mal kurz. Jetzt kannst du den Teil auch unterstarten. Immer da. Wo haben wir das? USB 3.0. Und du hast das Generationsbuch. Und du siehst ganzes hellblaue. Hm. Das hast du ja nur mit meinem. Was heißt? Und was ist die Z? Die Z570? Was ist sie? Das ist sie von Intel, oder? Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja... Was ist das jetzt? Sackl AMD 570X Was ist das? Sackl Was ist das? Hallo? Sackl AMD 570X Was ist das? 570X Was soll das? Weisst du was? Mörg mal